Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue wöchentliche Aufträge Woche 8, der siebte und letzte Auftrag und zwar Jage Velociraptoren mit der Schafzahnschrottflinze. Dreimal, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja Leute, das ist die Schafzahnschrottflinze. So, die sammeln wir einfach ein und jetzt müssen wir einfach nach Velociraptoren suchen. Ja Leute, Velociraptoren sind einfach Dinosaurier. Also ich bin gerade auf der Karte ganz genau hier. So, ich öffne hier noch ein Ei, damit ich euch was zeigen kann. Und zwar, okay, jetzt haben wir hier einen Dinosaurier und den müssen wir einfach jagen mit der Schafzahnschrottflinze und ihr seht, einfach eliminieren diesen Velociraptoren, eher gesagt Dinosaurier, einfach eliminieren mit der Schafzahnschrottflinze. Alle drei Stück habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen, Leute. Und ja Leute, somit habt ihr alle Woche 8 Aufträge abgeschlossen und ich hoffe, das Video hat euch gehofft einen Gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, alles Glocktivs, keine Videos mehr verpasst. Da möchte ich alles sagen, war schon mit dem Video und ciao, haut rein bis nächstes Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.